Nun möchte ich die externe Bearbeitung erklären. Und zwar gibt es natürlich in Lightroom die Möglichkeit extern, zum Beispiel in Photoshop, Bilder zu bearbeiten. Damit Lightroom aber weiß, wie die Bilder nach Photoshop gesendet werden sollen und wie sie wieder zurückkommen sollen, gibt es hier ein paar Einstellmöglichkeiten. Und zwar der erste Punkt Bearbeitung in Adobe Photoshop CS 5.1. Hier gibt es einmal die erste Auswahlmöglichkeit des Dateiformats. Und zwar kann man hier auswählen, wie Lightroom Bilder speichert und nach Photoshop weitergibt. Hier gibt es zwei Auswahlmöglichkeiten. Einerseits das TIFF-Format und andererseits das Photoshop-native PSD-Format. Je nach der Einstellmöglichkeit, was ich hier links klicke, sieht man, ändert sich im rechten Bereich der Tooltip. Und zwar wird hier gesagt, bei PSD-Dateien kann bezüglich der Aktualisierung der Metadaten es etwas weniger effektiv sein als mit TIFF-Dateien. Also ich stelle das wieder zurück auf TIFF-Dateien. Darunter kann man sagen, wie der Farbraum eingestellt sein soll, wenn ich Daten vom DNG-Format zum Beispiel an Photoshop im TIFF-Format weitergebe. Und zwar gibt es hier drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten vom Farbraum. Einerseits Profoto RGB, was der größte Farbraum dieser drei Farbräume ist. Der zweite Punkt ist Adobe RGB. Und der dritte, der kleinste Farbraum, ist der sRGB-Farbraum. Man sieht hier zum Beispiel den Tooltip. Der sRGB-Farbraum umfasst nicht alle in Lightroom verfügbaren Farben. Der Adobe RGB-Farbraum umfasst nicht alle in Lightroom verfügbaren Farben. Und wenn ich auf Profoto RGB bin, sieht man, okay, 16 Bit Profoto RGB ist die empfohlene Option. Ich lasse die Einstellung hier jetzt auf Profoto RGB. Darunter sieht man die Bit-Tiefe. Ich kann hier 16 Bit pro Komponente oder pro Kanal einstellen als Standardwert zur Ausgabe von Lightroom oder auch nur 8 Bit pro Kanal. Bei 8 Bit pro Kanal werden jetzt einige Bildinformationen weggeschmissen, wenn man so möchte. Es werden nämlich in RAW-Bildern oder im RAW-Format mehr als 8 Bit, also mehr als 256 Abstufungen pro Kanal gespeichert. Also möchte ich, wenn ich in Photoshop bearbeite, wirklich auf den kompletten Umfang der Daten zugreifen. Und deswegen empfiehlt es sich, 16 Bit pro Kanal oder pro Komponente in diesem Fall auszuwählen. 16 Bit ist jetzt ein Wert, also Lightroom speichert hier pro Kanal, 2 hoch 16 Abstufungen im RGB, also jeweils im Rot-Grün- und Blau-Kanal. Darunter kann man die Auflösung einstellen. Diese Auflösung ist nur dann relevant, wenn ich sie jetzt wiederum weitergebe an einen professionellen Druck. Ich kann hier also die 240 DPI oder PPI Pixel per Inch einfach stehen lassen. Und ganz unten in Zusammenhang mit dem TIF-Format kann ich noch die Komprimierung einstellen. Hier entweder die ZIP-Komprimierung oder ich kann auch ohne, also keine Komprimierung auf die TIF-Datei anwenden, was natürlich in sehr, sehr großen Dateien resultiert. Die ZIP-Komprimierung ist übrigens eine verlustfreie Komprimierung. Das heißt, die Datei wird klein und kann beim Entpacken wiederum auf die Original-Bildinformation zurückgreifen. Das heißt, diese Einstellung, wie sie hier getroffen ist, ist die bestmögliche Einstellung, um auch wie es hier steht, Farbdetails aus Lightroom zu erhalten. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Bilder etwas kleiner bearbeiten möchte, weil ich sie ohne dies ins Web stelle, kann ich mir hier auch benutzerdefinierte Vorgaben einstellen. Und zwar geht das hier im Punkt Weitere externe Editoren verwenden. Und zwar klicke ich hier jetzt einmal auf Anwendung, hier steht nicht angegeben und ich sage, okay, ich möchte in meinen Programmen Adobe Photoshop CS 5.1 hier Photoshop.exe öffnen, bestätige diesen Dialog hier, warnt mich nämlich Lightroom, der sagt, hey, du hast schon Photoshop CS 5 als Editor-Anwendung ausgewählt. Ich möchte es aber trotzdem verwenden und bestätige dies mit okay. Und nun sieht man, ich habe hier eine neue Anwendung, nämlich Photoshop und hier kann ich zum Beispiel eine eigene Einstellung wählen. Ich wähle hier jetzt das PSD-Format, ich wähle hier den Adobe RGB Farbraum, ich sage in diesem Fall 8 Bit pro Kanal und lasse die Einstellung auf 240. Also ich habe hier eine wesentlich kleinere Einstellung für die PSD-Datei getroffen und diese kann ich nun auch als Vorgabe speichern. Und zwar kann ich hier sagen, aktuelle Einstellung als neue Vorgabe speichern. Und ich habe mir hier angewöhnt, quasi von oben nach unten reinzuschreiben, was ich hier habe. In diesem Fall Photoshop Adobe RGB 8 Bit und klicke hier auf erstellen. Nun sieht man, ich habe hier eine Vorgabe Photoshop Adobe RGB 8 Bit erstellt. Des Weiteren möchte ich vielleicht wirklich noch eine kleinere Datei generieren. Vielleicht wirklich fürs Web. Ich sage Photoshop sRGB 8 Bit pro Komponente und erstelle mir hier wiederum aktuelle Einstellung als neue Vorgabe speichern. Und sage PS für Photoshop, dann sage ich PSD sRGB und 8 Bit. Und bestätige dies jetzt mit diesem Erstellen-Knopf. Nun habe ich hier zwei Vorgaben. Bei der oberen Vorgabe sieht man, übrigens habe ich quasi das Dateiformat vergessen. Darum klicke ich noch einmal auf die obere Vorgabe und kann nun sagen, Vorgabe Photoshop Adobe RGB 8 Bit umbenennen und stelle mich hier rein und sage PSD, damit ich auch weiß, welches Format hier gespeichert wird. Klicke hier nun auf Umbenennen und habe hier jetzt zwei Vorgaben. Einmal die PSD-Datei, Adobe RGB mit 8 Bit, dann PSD-Datei sRGB mit 8 Bit. Wenn ich nun eine Vorgabe aktualisieren möchte, zum Beispiel weil ich jetzt hier oben nicht 8 Bit, sondern 16 Bit haben möchte, kann ich hier die Bit-Tiefe auf 16 Bit pro Komponente stellen und man sieht in Klammer, bei der Vorgabe ist ein bearbeitet angeführt. Nun kann ich sagen, ich möchte die Vorgabe PSD Photoshop Adobe RGB 8 Bit aktualisieren, dann werden diese Einstellungen übernommen. Also die Bit-Tiefe 16 Bit ist hier jetzt eingestellt. Damit das hier oben wiederum mit dem Namen stimmt, benenne ich das hier jetzt um in 16 Bit. Klicke auf Umbenennen und nun habe ich hier zwei verschiedene Vorgaben. Einmal mit sRGB 8 Bit, einmal mit Photoshop Adobe RGB in 16 Bit. Was gibt es noch für Einstellungen? Und zwar neu mit Lightroom 4 die Einstellung mit Original stapeln, hier als Häkchen zum Setzen. Und zwar wenn ich jetzt Bilder exportiere und in Photoshop bearbeite, dann kann ich standardmäßig nun einstellen, dass diese mit dem Originalbild gestapelt werden soll. Und der letzte Punkt, Dateibenennung bei externer Bearbeitung. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit zu sagen, wie Lightroom meine Bilder abspeichern soll. Aktuell steht der Dateiname, dann ein Minus und bearbeitet Punkt PSD. Ich kann aber das jetzt bearbeiten. Wenn ich hier draufklicke, sieht man, ich komme in den Dateinamen Vorlagen Editor. Und hier kann ich wiederum Vorlagen erstellen oder Vorgaben erstellen. Und ich möchte hier den Dateinamen haben und dahinter zum Beispiel Edit, schreiben wir die englische Version herein, Punkt PSD. Ich könnte hier jetzt verschiedene weitere Einfügenamen verwenden, wenn man so will. Und zwar, wenn ich zum Beispiel das Aufnahmejahr hier haben möchte, kann ich hier sagen, okay, ich möchte das Datum entsprechend einfügen. Zum Beispiel das Aufnahmedatum hier. Wenn ich jetzt draufklicke, sieht man, es ist automatisch eingefügt worden. In meinem Fall zusätzlich auch noch das Ja, das möchte ich nicht. Ich möchte es aber eigentlich gar nicht haben. Also mir reicht nur der Dateiname hier ein Minus. Ich könnte auch einfach einen Leerschlag hier einfügen. Das Minus ist aber gut. Und bestätige das hier, indem ich als erst eine aktuelle Einstellung als neue Vorgabe einstelle. Benenne dies Minus Edit. Oder einfach nur Dateiname Minus Edit. Dann weiß ich auch, um was es geht. Klicke auf Erstellen und habe nun eine eigene Vorgabe zum Bearbeiten erstellt. Klicke auf Fertig, schaue, dass hier die richtige Vorgabe ausgewählt ist und bestätige dies nun mit OK. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Ich öffne hier den Filmstreifen und man sieht, ich habe hier eine bearbeitete Datei. Nun kann ich mit Rechtsklick auf Bearbeiten in auswählen und hier kann ich zum Beispiel auswählen, in Adobe Photoshop CS 5.1 bearbeiten. Oder ich kann auch auf meine verschiedenen Vorgaben zugreifen. Ich klicke aber jetzt einfach auf in Adobe Photoshop CS 5.1 bearbeiten. Die Einstellung als TIF pro Foto RGB 16 Bit pro Kanal. Ich bekomme hier jetzt nun eine Warnmeldung, dass hier aktuell noch nicht, also Photoshop CS 5, noch nicht das neue RAW Zusatzmodul in der Version 7 unterstützt. Ich sage aber einfach trotzdem öffnen und nun wird die RAW Datei in Photoshop geöffnet. Braucht hier einen Moment, dass im Hintergrund abgelegt wird. Ich sage in diesem Fall eingebettetes Profil verwenden und wenn Photoshop das Bild geladen hat, sieht man, ich habe hier jetzt ein RGB Bild in 16 Bit pro Kanal und wenn ich da unten auf das Dokumentenprofil wechsle, sieht man pro Foto RGB 16 Bit pro Kanal. Ich maximiere nun Photoshop, zoome hier auf diesen Bereich ein und möchte eventuell hier diesen Fehler korrigieren. Wechsle hier schnell auf den Stempel, Alt-Taste und stemple diesen Bereich einfach grob weg. Und jetzt brauche ich nichts anderes machen, außer dass ich die Datei jetzt schließe und einfach auf Speichern klicke. Also jetzt nicht hier über diesen Dateinamen-Dialog Gedanken machen, einfach auf Speichern klicken. Ich kann Photoshop jetzt minimieren und man sieht hier in Lightroom habe ich jetzt eine Datei und zwar der Dateiname hier aufgelistet mit einem Minus und danach edit.tiv und Lightroom hat hier jetzt die Änderungen, die ich in Photoshop übernommen habe, also hier diesen Bereich weggestempelt, sofort in der Datei drinnen. Also man sieht, über die Voreinstellungen, externe Bearbeitung, kann ich alles steuern, was mit der Bearbeitung in externen Editoren zu tun hat. Diese externen Editoren müssen jetzt nicht Photoshop sein, das kann alles mögliche sein, nicht nur Photoshop, sondern zum Beispiel Photoshop Elements oder irgendwelche Plugins. Also die Steuerzentrale zur externen Bearbeitung findet sich hier in den Voreinstellungen.